Ich muss euch beide wieder allein lassen und zu den Archiven zurückkehren. Uns fehlt ein wichtiges Detail. Dein Sinn für Humor? Nein, sie hat wichtig gesagt. Ich bin so froh, dass ihr euch näher kommt. Kämpft tapfer. Wir werden uns am Ende wiedersehen. Ein weiterer weiser Schachzug des großen Warwick. Ich bin echt zufrieden damit. Wann bin ich mal nicht bereit? Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Dieser Kerl scheint es eher auf mich, als auf den Riss abgesehen zu haben. Hm, ja. Jäger. Sie töten lieber Kriegsmagier, ehe sie Risse durchschreiten. Gutes Training. Genau wie damals. In unserem Rissraum sind Feinde. Für den Bruchteil einer Sekunde war ich sogar ein klein wenig besorgt. Da kommen weitere Feinde. Die feindliche Armee greift an einer anderen Front an. Vorsicht! Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen. Ich liebe es, wenn die Orks blind in sie hineinlaufen. Feinde beim Riss! Jetzt bin ich wütend! Jetzt bin ich wütend! Du wütend! Sicher! Wunder! Ah! Hui! Ah! Segnis! Beschütze den Orden! Okay! Zum Leben zurückzugehen, Vorrat sein, Trigo. Wir выход your face! Zum Leben zurückzugehen? outrageous Not Even see the hesckers hanno Das bringt das Blut in Valon. Sie sind fast fast! Sie ist einfach zu hübsch! In unserem Rissraum sind Feinde! Die Feinde greifen an einer weiteren Front an! Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen! Da kommen sie! Da kommen sie! Da kommen sie! Da! 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 Hände beim Riss! Für diese Sauerei bin ich verantwortlich. Unbekümmertheit führt zum Untergang. Haben Sie noch einiger Vorsatz? Ich stelle mir neue Rekorde auf! Eine sehr bitterte Macht. Uh, hab sie noch mehr von denen? Damit werden sie nicht rechnen. Da kommen weitere Feinde! Auf Zehenspitzen durch das Fallenfeld! Auf Zehenspitze! Sie sind da! Das war Spaß! Ginge das überhaupt noch besser? Nur zu, schickt noch mehr. Ich könnte etwas Leben gebrauchen. Ich könnte etwas Leben gebrauchen. Ich hoffe, Cygnus hat das gesehen. Das war ein wunderschöner Anblick. Genau da! Ich sollte das jemandem für mich tun lassen. Das war ein wunderschöner Anblick. Das war ein wunderschöner Anblick. Das war ein wunderschöner Anblick. Ohne Kopf passt man definitiv leichter durch Türen. Für diese Sauerei bin ich verantwortlich. Feinde beim Riss! Das wird nie langweilig! Ich werde mehr Münzen brauchen. Das bringt das Blut in Warnung. In unserem Rissraum sind Feinde! Gehen ohne Beine wirkt schwierig. Das ist ein wunderschöner Anblick. Das ist ein wunderschöner Anblick. Das ist ein wunderschöner Anblick. Will ich es möglicherweise besser darin? Für den Hauptteil einer Sekunde... Verneigt euch vor meiner Macht! Hallo, alter Fallenfreund! Hab einen guten Platz gefunden! Fallen, 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 fallen! Alter, fallen, 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 fallen. Gut ist Training! Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Haben Sie noch mehr von denen? Wer ist jetzt der Meister? Das klappt! Da kommen weitere Feinde! Tschau, Orks! Das klappt! Für den Bruchteil einer Sekunde war ich sogar ein klein wenig versorgt. Das bringt das Blut in Wann aus! Das war pure Absicht! Okay, das war spaßig! Ich bewundere Ihre Entschlossenheit, aber ich beschütze den Orden. Für diese Sauerei bin ich verantwortlich. Haben Sie noch größere? Kann ich niemand mit mir aufnehmen? Wie ging der Spruch nochmal? Was? 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 Bis zum nächsten Mal.